Very good, very good, yeah! Heute sind wir in Luzern und gehen hier ins Lach-Yoga und dann mal ausprobieren, was das bei einem bewirken kann. Im Lach-Yoga bei Karin und Alex geht es vor allem um eins. Happiness! Marriorke, ich bin oben. Grüezi. Und ganz wichtig, Positivität. Es geht nur ums Lachen und man vergisst alles rund um einen. Ahahaha! 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 Es ist aber auch ein wenig Schauspielern gefragt. Man muss sich zuerst zwingen zum Lachen und dann geht es von man selber. So eine Lehre hätte ich gern. Ha! Ha! Man nimmt auch verschiedene Rollen und Gemütszustände ein. Und es entsteht eine unglaubliche Gruppendynamik. Danke euch viel, viel Mal Karin und Alex. Danke dir vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei der Praktikant.